Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Jetzt musst du weitermachen. Naja. Können doch einfach drum rum gehen. Na toll. Guck, gehen wir doch mal hier hin. Oh nein. Sie haben sich jetzt gegenseitig verletzt, oder? Das geht eins nach vorn. Das geht eins nach vorn. Das geht eins nach vorn. Das geht auch eins nach vorn. Das geht... Ich will nichts sagen, aber... Die sehen so aus, als würden sie sich sowieso alle gegenseitig recken. Deswegen... Kein Grund, um wirklich irgendwas zu machen, glaube ich. Äh... So, ich geh einfach wieder hier hin. Toll gemacht, ihr Spielfiguren. Ähm... Was geht denn da hin? Das ist ja lahm. Weiß ich nicht. Geh ich halt hier hin. Das habe ich verloren, oder? Naja. Ich habe es zumindest versucht. So, mal schauen. Ich muss ja sicherlich dafür sorgen, dass die da hinten sich irgendwie gegenseitig ausschalten. Das wäre schon mal nicht schlecht. Zumindest im Sinn. Von... Oh, ich bin so benommen. Ich werde mich einfach da links in der Ecke irgendwo verkriechen, und er passt ja schon. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin motherfucking Harry Potter. So, das geht da hin. Das geht da hin. Es geht da hin. Es geht da hin. Es geht da hin. Alles nicht so praller. So, das Ding, das wird dann sicherlich da hin gehen. Wenn ich mich hierhin stelle. Dann habe ich verloren. Ich kann ja nur hier wieder hingehen. So, das geht da hin. So. Jetzt killen die beiden sich. Dann habe ich sofort verloren. Dann habe ich sofort verloren. Wenn ich hierhin gehe, wird er sicherlich da hin gehen und sie wird da hin gehen. Das heißt, da habe ich dann auch verloren. Dann kann ich aber wieder gehen. Ich möchte gerne hier bleiben. So. Dann bist du im Moment. Dann ist es okay. Dann hast du hierhin. Dann stelle ich mich halt. Ja, er ist verletzt. Kann sich noch bewegen. Könnte sich jetzt da draufschleppen und die noch irgendwie dazu bringen, dass sie sich gegenseitig vernichten. Ich kann mich ja nur auf zwei Felder stellen. So, wenn ich mich auf das Feld stelle, bin ich tot. So stelle ich mich hier hin. So, das geht einfach nach vorne. Das geht da hin. So, ich gehe jetzt einfach hier hin. So, ab nach vorne. Oh, mies. Müsste sogar hinkommen. Dann irgendwie. So, jetzt gehen wir hier hin. Das ist der Scheiß. Das war so nicht geplant, Leute. So, jetzt aber. Perfekt. Einfach mitten durch. Eingegeben. Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Was ist mit Juan? Hast ihn endlich umgebracht? Oh, was? Krurl hat den Stein der Weisen? Wie? Was? Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Das, das ... Das, das ... Wirklich. Grenze. Sprudeln. Vorne rechts. Mal schauen. Ich hätte gerne... Dich. Damn. Warum? Warum können wir den nicht einfach nehmen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Hermine. Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Ach, ich werde auf die andere Seite des Tisches laufen. Ja, gut. Gut, dass wir es dreimal machen müssen, damit es funktioniert. Mist. Oh, bitte. Wirklich dreimal. Oh, nein. Ich weiß gar nicht, welches der richtige Trank war. So schwierig. Ne. Nerviges Ding. Oh, nein. What the hell? Das müssen wir jetzt verarschen. Das ist wirklich verwirrend. Halt doch einfach deine süße, kleine Schnute, Hermine. Niemand hat dich irgendwas gefragt. Kann ich das Ding jetzt saufen? Das ist glächerlich. Ja. Ja. Ist es wirklich. Whatever. Gut gemacht, Harry. Du hast es geschafft. Endlich. Du musst Snape alleine finden. Ich gehe zurück und helfe Ron. Viel Glück, Harry. Ich gehe da jetzt nicht auch hin. Nein, natürlich. Tür zu. Aber wo kriege ich jetzt diese dämliche letzte Bildkarte her? Kommen jetzt nochmal... Thread und George. Und drehen mir eine krasse neue Karte an. Oh, eine Kiste. Was da wo drin ist. Bestimmt ein Frosch. Yay. Ich habe die Groves. Und die Frogs. Oh, nein. Es ist ja wirklich Professor Quirrell. Wir hätten nur damit gerechnet. Wir hätten natürlich auch irgendeinem Lehrer Bescheid sagen können. Aber nein. Wir schaffen das ganz alleine. Denn wir sind Helden. Und haben Harry Potter. Den Osterwetter. Den Osterwetter. Das bin ich. Ganz genauer, Leute. Deswegen springe ich auch hier in den Abgrund. Und halte mich nicht an der Kante fest. Osterwetter. Yeah. Fress dies. Ihre Ungläubigen. Huah. So. Gibt es jetzt noch irgendwo irgendwas? Nein. Nein.